Wir sind heute hier um fünf Jahre, Look zu feiern. Ja, es gibt uns schon fünf Jahre lang, kaum zu glauben. Und ich freue mich jeden Tag, dass mein Team und ich einfach so ein tolles Magazin machen dürfen. Ich freue mich jeden Tag, dass ich mit dem Bestel-Team der Welt zusammenarbeiten darf, dass hier jeden Tag so viel Power und so viel Kreativität entsteht. Und ich freue mich jeden Tag, dass ich mit dem Bestel-Team der Welt bin. Bestel-Team, I won't stand for you, we won't leave. Fünf Jahre, Look! Yeah! Happy Birthday, Look! Happy Birthday, Look! Look macht den Frauen schön, gibt wunderbare Tipps für junge Mädels oder ältere Damen. Alles Gute! Happy Birthday! Happy Birthday, Look! Happy Birthday! Ja, Happy Birthday, Look! Wir arbeiten jetzt schon sehr lange mit euch zusammen und wir finden es einfach nur toll und die Events sind super genial. Also, Happy Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Fünf Jahre, Look! Gratuliere, liebe Uschi! Gratuliere, liebe Uschi! Happy Birthday! Woooo! Makeup, Fashion, Lifestyle! Happy Birthday, Liebe Uschi! Happy Birthday, Look Magazine! I am a great admirer of Look Magazine. And my friend Uschi Fellner. Toll, toll, toll! Ein tolles Heft, eine tolle Produktion. Weiter so für die nächsten 50 Jahre. Was mich mit Look verbindet, das ist ganz einfach. Das ist der Blondschopf, der da hier neben mir steht. Eine unglaublich kreative, wunderbare, tolle Frau. Und ich muss sagen, Kompliment, weil es hat immer wieder neue, tolle Geschichten drin und viele Aktionen. Und so zum Beispiel auch diese Ladies Lounge. Also mit dem Look Magazine Wien verbinde ich die Look Awards 2016, die ich dank Uschi Fellner und ihrer grandiosen Jury gewinnen durfte. Es war ein mega Event und ich bin wirklich so, so dankbar. Und mir ist so wichtig, und das zeigt die Uschi jedes Mal, das sind nicht nur die oberflächlichen Themen und der Glamour und das High Life und High Society, sondern an den Geschichten sieht man, was der Uschi wirklich wichtig ist. Absolut. Ja, die legt wirklich großen Wert auf tiefer gehende Geschichten und auf Themen, zum Beispiel wie jetzt auf den Klimawandel, Umweltschutz. Und sie zeigt auch, wir arbeiten das schon gemeinsam, aber die Uschi zeigt auch, dass man solche Geschichten so aufbereiten kann, dass sie eine breite Masse erreichen und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und sie zeigt auch, dass man solche Geschichten so auf jeden Fall ist. Und sie zeigt auch, dass sie fünf Jahre alt sind. Hohe! Happy Birthday to you! Bravo.